hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von watchdogs so in der letzten folge haben wir jetzt geklärt wer badboy 17 ist es ist nicht eher ein badboy sondern eher ein badgirl und jetzt müssen wir uns zum sitos chefbüro begeben was hier vorne ist in genau rund 80 metern dann sind wir jetzt fast da und mit gerade nicht verfügbar ich bin doch jetzt hier was ist das schiffbüro hier das hier vorne ich kann mit jedem reden das ist mein ding vor allem mit den bunnies das ist mein ding geiler hübschen kann ich gerade auch nicht Oh, sowas kann so unterirdisch sein, sag mal. Hey, was für ein Arsch! Ich geh mal hier runter. Ach hier? Ah, ich bin so blöd, glaub ich. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Ah, so. Ja, ja, ist mir nicht klar, ich drehe ein Sperrgebiet. So, wie komme ich denn jetzt hier rein, sag mal? So, kann ich ihn irgendwie ablenken mit irgendwas? Oh, das ist kein Arsch! Oh, das ist wichtig, dass ich jetzt hier rauskomme. Oh, das ist ein Arsch! Oh, das ist toll. Hat er mich gesehen? Nee. Kann ich irgendwas hier mit noch machen? Mit der Kamera? Wir sprengen das Ganze mal, würde ich sagen. Wie das wohl passieren konnte? Nein, Jungs. Warte mal, die hat mich, die haben mich, die haben mich. Ja, die haben mich. Ah, verdammt. Ja, scheiße, Mann, das war es. Ah, verdammt. Das war ein taktischer Fehler. Das hätte ich irgendwie auch anders lösen können, glaube ich. Oh, hier so Remy Demis veranstalten. Das ist echt komisch. Ja, nicht wahr? So, ich will hier durchschleichen. Das ist mal hier durch. Perfekt. Das sind Schaltkasten, jawohl. Kann ich jetzt vielleicht die Lichter ausmachen? Da ist ein Schaltkasten. Und da ist ein Schaltkasten. Das ist mal jetzt mit Trick. Ne, das war es, ja. Was geht denn hier los, verdammt? Ah, das war, glaube ich, dumm. Das ist noch zu viel Aufmerksamkeit. Hinter mir ist noch gar keiner. Okay, wie lesen wir das Ganze? Da konnte ich gerade was hacken. Was konnte ich hier gerade hacken? Ah, so eine Kamera. Ja, jetzt hacken. Ich habe einen Systemschlüssel. Aber geil, ne? Okay, wenn wir schießen müssen, dann schießen wir. Warte. Geht durch. Nein, 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 nein. Ah, okay. Ich habe gedacht, hier nehme ich mal so ein Blackout hin. So, gibt es hier noch einen Alternativweg? Ne. So, erstmal hier in Deckung bleiben. Alarm auslösen. Weg. Die haben mich gesehen, ja? Ja, die haben mich gesehen. Ich kann länger als du, Amateur. Warte, von wo? Alter, was geht denn hier ab wieder? Ja, Mann. Es gibt garantiert eine andere Möglichkeit. Oh, ich habe sie noch nicht gesehen. So, weiter geht's. Die Verjagd ist noch nicht vorbei. So, hier um die Ecke. Einsteigen kann ich auch. Okay. Nein. Nicht hier hoch. Du hast hier nichts verloren. Ja, das war falsch. Schnappt ihn. Ich werde... Keiner kommt von der letzten Seite. Na. So, er ist schon mal weg. Keiner von uns muss sterben. Äh, Deckung? Ey, persönlich, das weißt du nur. Was? Wo, 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 wo? Hä? Was gibt's nicht? Ey, ich komme da nicht rein. So, mal jetzt ganz in Ruhe überlegen, was wir machen können. Das ist nicht normal. Machen wir jetzt mal auf diese Art und Weise. Warten wir mal kurz schon mal den... Ja, jawohl. Das nehmen wir mal. Warten wir mal, ich muss jetzt gucken, wie man die überall kommen. Warten wir mal, geh mal kurz zurück wieder. Ich hab keinen Bock wieder zu sterben, ganz ehrlich. Ah, es sind aber zu viele am Ende, glaube ich. Warte, die kommen von da. Passt auf, ich gebe euch decken. Geht in Deckung. Nachladen. Oh, ich kann was sprengen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ich hätte gerade was sprengen können, ich idiot. Ich hätte gerade nicht getroffen. Doch, ich hätte mich getroffen. Mist. Mal kurz um die Ecke. Nein, 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 nein. Jawohl, so. Ja, das darf auch nicht wahr sein. Wenn du's tun musst, dann tust. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Los, bring zu Ende. Bring zu Ende. Jetzt aber. Leute, so, ist geschafft. Gehen wir jetzt mal alle eure Waffen durchsachen. Dann hier noch auf dem Boden. Bisschen Geld einsammeln. So, dann sind wir hier, ne? Jawohl. So, meine erste Schießerei bei Watch Dogs. So, komm ich da noch nicht rein. So, wie kommt Papa jetzt hier rein? Okay. Ja, da bestimmt, ne? Dann regeln. Das kann ich nur sprengen. Komm ich jetzt hier rein? Sehr schön. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen hab, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. So, lokalisieren sie. Alles klar. Und wer von euch hat das? Audio Lock. Ich hab ihn. Ich hab den Job. Das bedeutet, meine Wenigkeit hat einen Parkplatz vor den X-Labs und Blue. Milliarden von Dollar verrückte Wissenschaften. Na gut, vielleicht normale Wissenschaften. Aber trotzdem. Wer weiß, an was für krass im Schalz ich arbeiten werde? Ich muss noch Berge von Verschiegen als Erklärung unterschreiben. Aber ich erzähl euch alles, wenn ich höre. Gut. Ja, 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 ja. So. Das können wir sprengen, aber das will ich ja gar nicht. Mal auf die Kamera übergehen. Wer von euch hat das Teil, was ich will? Das ist eine Kamera, oder nicht? Ja, komm ich nicht rüber. Geh nochmal hier rüber. Ich hab wohl Hacken. So, hacken sie den Zugangspunkt, was? So, mal gucken, kann ich hier erst irgendwie lösen, ohne gar nicht für Action zu sorgen. Wenn das mal. Boah, wir warten hier sonst. Warte mal, er kommt zu mir, glaube ich. So, ich muss ihn verpassen und mal gucken, was passiert. Ja, ich versuch's mal. So, wollen wir mal. Ja, los, Jungs. Ah, verdammt. Warte, er kommt. Ah, ich bin ja gerade abend selber fast am Stern. Warte mal, von wo? Wo, 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 wo? So, jetzt mal hier hinterbleiben. Ach so, ich hab jetzt von der Granate, oder so. Oh, ich rufe Verstärkung, finde ich nicht gut. Oh, ich rufe Verstärkung, bin aus. Los! Jawohl, der ist weg. Jawohl, der ist auch weg. Wow, ich wäre jetzt eigentlich ganz anders gewesen. Ich weiß noch, ich habe keine andere Wolle. Ah, nein, 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 wo, wo, wo. Ich stehe mir jetzt hier bloß nicht weg, Aiden. Wir brauchen hier mehr Leute. Wir sind rein. Shit. L3 nachladen. Hab ich das? Ah, er bleibt genau dahinter, ne? Kleine Ratte. Nein, 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 nein. Egal. Das hat auch funktioniert, ist ja wohl. Dann kommen noch zwei, wie viele Leute sind denn noch? Konzentrier dich. Einer ist da oben. Einer läuft da gerade. Warte mal, ich versuche mal was anderes. Kamera. Und dann? Ja, hier ist gerade keiner, ne? Gehen wir mal da rüber. Einer kommt gerade. Mal ein bisschen für Abhängigkeit. Mal ein bisschen für Abhängigkeit. Ja, und schon geht die Party ein bisschen los, ne? Cool. Oh. Ja, der kommt gerade einer auf mich zu, glaube ich. Ja, der kommt gar nicht hin. Ist hier noch jemand? Nein, ich sehe gerade nichts markiert, jawohl. Oh, ich habe es geschafft. Geh mal Geld und Munition. Wie sind alle eure Leichen eigentlich? Alle weg, oder was? Da ist noch was, aber der hat nichts mehr. Achso, jetzt. So, muss ich jetzt hin. Eine Tasche nach oben, ne? Äh... Hola? Da würde ich mal sagen. Ah, da ist hier noch was. So, 6000 Dollar haben wir. Ist hier noch irgendjemand? Ne. So, noch knapp 40 Meter. Hier rein? Ah, jawohl. Und hacken, bitte. Och ne, ernsthaft. Habe ich schon beim nächsten Mal gehasst, wie die Pest so hatte. Jawohl. Ne. Ach, bis das frei ist. Achso, jetzt sehe ich das erst. Na, ist man noch nicht frei? Ist man noch nicht? Ist man noch nicht frei? Warte, lass mal jetzt hier logisch denken. Alles muss miteinander verbunden werden. Dann passt das nämlich gerade nicht. Na, ist pass das so oder so nicht? Warte mal, denken, denken, denken Ah, das Ding ist immer noch zu Hm, so Da hätte ich meiner Schule besser aufgepasst Das muss alles miteinander verbunden werden Also, wie machen wir das? Von der Seite passt es, glaube ich, gerade Da sieht es vernünftig aus, ne? Ja, die Seite passt noch gar nicht So, jetzt Äh, Mann Yo, alles klar Oh, nein, Mami, ernsthaft So, lass mal jetzt gucken Oh, dir sieht keiner meiner ehemaligen Lehrer zu, wie ich das hier mache So, das passt noch nicht So, warte Das muss immer alles blau sein, ne? Das verstehe ich schon Also, da brauche ich nichts mehr machen Ab hier So, das muss ich jetzt So, loszu, warte mal, das Die ganze Seite passt noch nicht Das passt noch nicht Das passt auch noch nicht so richtig Ja weil es noch keine Verbindung hat Vielleicht war es so schlecht und sowas Aber ich mach mal hier einen kleinen Cut Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein Und tschüss Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank